Ich versuche zu sagen, dass es keine Firma in der Industrie gibt, die heute den hydraulischen Know-how und den Produkungs-Know-how zu manufakturieren, aber nur für Nusswal. Hyperflow ist das automatische Nivellieren der beiden Tragarme und das automatische Entlüften des Hydrauliksystems, weil sie in einem Hydrauliksystem immer Luft haben, unterschiedliche Temperaturen haben und dadurch die Nivellierung der beiden Tragarme verlieren. Wir machen das so, dass jedes Mal, wenn sie in die obere Position fahren, dieser Vorgang entlüften und Synchronisierung der Tragarme automatisch vonstatten geht. Die Hydrauliklifts, die jetzt im Markt sind, sind immer eine mechanische Erleitung. Wir haben ein System mit den Kabel, die Kabel arbeiten mit Pulle und Hucks, aber unser Leib hat es nicht. Wir haben nur die Hydraulik-Hausen von einem Köln zu einem Köln zu einem Köln. Deshalb sind wir flexibel, wenn Sie in der Leib positionieren. Wir sind einander. Wir sind nicht in der Leib position auf dem Köln. Wir sind in der LeibAt Sal支. Wir sind nicht in der Leib Zeit. Wir sind die Ruww attendren, diese decid W unseren LeibjektированIntern Kern möglich 이렇게 Vielen Dank.